Liebe Patientinnen, lieber Patient, es ist sehr wichtig, dass Sie ganz genau wissen, wie Sie Ihre Medikamente nach dem Eingriff einnehmen sollen. Sie beginnen zunächst mit einem Gemisch aus Cortison und Antibiotikum. Dieses nehmen Sie bitte dreimal am Tag für zwei Wochen lang. Zwischendurch verwenden Sie künstliche Tränen, um die Augenoberfläche richtig feucht zu halten. Falls Sie Schmerzen haben sollten, können Sie natürlich immer eine rosane Tablette einnehmen, maximal viermal am Tag. Falls Sie uns Erreichen wünschen, unsere Notfallnummer steht auf dem Zettel, den Sie in allen Unterlagen bekommen haben. Wir sind für Sie jederzeit erreichbar.